So, weiter geht's mit Zelda! Und ich bin mir gar nicht so sicher, was wir als nächstes machen müssen. Ähm... Ich hätte mir vorher mein letztes Video anschauen sollen. Aber ich glaube, ich wollte zum Sumpf. Ich glaube, ich wollte zum Sumpf. Hoffentlich stimmt das. Ansonsten, naja, wir müssen sowieso ein paar Sachen doppelt machen. Wahrscheinlich, deswegen macht das jetzt keinen großen Unterschied hier. Wieso habe ich dich denn hier nicht... Machen wir es halt jetzt. Juhu! Hilfe! Ich kann auch aufladen. Genau. Bam! Haha, zu stark. So, was können wir hier machen im Sumpf? Ich muss mich überall umschauen. Gucken wir hier zuerst nach. Und hier haben wir nichts. Okay. Hm. Hm. Wo können wir überall was machen? Gute Frage. Da sind es bestimmt auch nichts. Aber wir gucken trotzdem nach. Oh, Bomben. Hm. Sieht ja alles sehr verdächtig hier aus. Aber ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendetwas anstellen können. Ach, das ist dumm. Das ist richtig dumm jetzt. Ähm. Trotzdem müssen wir was im Sumpf machen. Da bin ich mir sicher. Ja. So. Wie wär's... ...mit... ...hier oben? Ach, kein Plan. Keinen Plan. Ach, die Teile kommen wahrscheinlich so immer wieder, ne? Hilfe. Wie komm ich jetzt auf die andere Seite? Da müsste ich auch mal nachschauen. Ach ja. Hm, 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 hm. Oh, da hätte ich einfach lang gehen können. Egal. Wir gehen erstmal hier rein. Nein, da komm ich gar nicht rein. Ach. Machen wir's so. Erstmal. Bäm. So. Ähm. Wie können wir's rüberspringen? Da können wir auch hin. Zack. Hier haben wir doch was. Zack. Zack. Was? Was? Was ist das denn jetzt hier? Hä? Danke. Ist doch Unsinn. Ist doch wirklich Unsinn hier. Ist doch richtig... Ah, da ist bestimmt auch noch was. Komm schon, komm schon, komm schon. Dann halt nicht. Hui. Gut. Dann gehen wir jetzt hier sein erstmal. Aber ich glaub hier, genau. Hier war nichts Besonderes. Aber schon mal ein Herzteil gefunden. Was mich doch sehr fröhlich macht. Gerade. Ähm. Hier gehen wir auch rein. Und schauen nach. Oh. Vorsichtig. Ob hier nicht auch irgendwie... Oh. Ja, man sollte schon, äh... Gründlich nachschauen. So. Aber kein Fragmente hier vereinen? Das wundert mich jetzt aber. Naja. Die wissen schon, was sie machen. So, ich muss trotzdem hier hoch. Da bleibt mir keine andere Wahl. Nein. Wow. Das klappt. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Hm. Ja, gehen wir erstmal hier lang. Und dann schauen wir... Ja, wir müssen... Wir müssen... Auf dieses Platz. Ich glaub, ich kann hier nicht drauf. Ne. Was ziemlich unlogisch ist. Hab ich, glaub ich, auch schon zum... Äh, beim ersten Mal gesagt, als wir hier waren. Denn als Mensch ist man ja... Keine Ahnung. Viel leichter. Und man dürfte im Sumpf eigentlich nicht untergehen. Wir können hier ein blaues Fragment. Schön. Hat sich das gelohnt? Nein. Ding, 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 ding. So. Sollen wir da auch nochmal rein? Hm. Das ist eine gute Frage. Kann ich nicht... Nee. Vorsicht. Kann ich nicht einfach hier vorbei? Ach, schade. Jetzt lass mich nicht umsonst das überschwimmen. Bitte lass mich nicht umsonst das überschwimmen. Danke. So. Okay, hier haben wir nix. So. Unlogisch, dass das Platz jetzt hier ist, aber... Ja, falls man da irgendwie sich drüber gecheatet hat. Ich weiß zwar nicht wie. Dann kann man immer noch wieder zurück. So. Wohin gehen wir jetzt? Ähm, wir gehen hier... Ah, da ist ja auch noch was. Hm, wie kommen wir denn da hin? So. Das war ja schon mal... Ach so, ist das? Ach, komm schon. Das geht besser. Das geht besser. So. Dankeschön. Ähm, wo kann ich mich denn hier klein machen? Hm, da hin? So weit muss ich gehen? Was hatten wir denn hier nochmal? Hallo. Ich bin machungsverlässer. Deswegen bei mir ist unvergleich. Ein bisschen gibt es nicht. Nanu. Es ist noch ein wenig zu früh für dich bei mir zu trainieren. Komm wieder, wenn du alle sieben schiffst. Hä? Habe ich nicht schon sieben? Ach so, Schiffsrollen. Ah. Moment mal. Wo kann ich mich klein machen? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Denn da kann man ja sein. Aber wie soll das gehen? Aua. Ähm. Was ist denn, wenn ich hier oben mich klein mache? Nö, das nützt mir eigentlich nichts. Aber... Hm. Strange. Ja, super. Hier komm ich nicht durch. Ach, ist das... Das ist ein doofes Gebiet hier. Echt, das drückt mich nur auf. Yay. So. Ja, das war wieder super. Ähm. Stimmt, ich könnte die Schiffsrollen einkaufen. So. Was haben wir denn hier alles? Da war ich auch schon. Aber ich will kurz mal schauen, ob hier unten noch was ist. Nee. Da komm ich auch noch als kleiner... Hm. Was haben wir hier? Haha. Ja, super. Wow. Noch eins. Ist hier noch was? Wow. Was... Was ist das denn jetzt hier? Noch eins? Behindert. Nein, aber... Ich hab so viele Fragmente. Aber wo kann ich mich klein machen? Da kann ich hin? Da links oder was? Ich hab echt keine Ahnung. Hm. Also da kann man ja hoch... Und da kann man ja auch schwimmen. Aber wie zum Teufel komme ich... Da hin? Ist hier irgendetwas? Wie kann ich die jetzt zünden? Ach so. Nochmal drücken einfach. Ähm. Klam kann man auch nicht nehmen. Oh, doch. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ähm. Ja, aber nützt mir ja nichts. Da oben ist auch nix. Da kann ich auch nicht drüber. Nö. Dann geh ich weiter nach links jetzt. Das fällt mir grad nicht ein, was man da machen muss. Wahrscheinlich irgendwie durch Fragmente irgendwie. Oder? Nö. Gehen wir zurück. So. Hm. Immer schön weiter nach links und dann hier runter. Vielleicht kann man sich ja auch hier klein machen. Nö. Oder? Wie war das denn nochmal? Hallo. Ja, das hole ich mal wieder aus. Wir gehen wieder... Okay, hier kann man sich auch klein machen. Aber ich glaub, da war ich schon. Ich glaub, da drin war ich schon. Willst du Fragmente vereinen? Ja. Wahrscheinlich grün. Nee, doch nicht. Wow. Okay. Das find ich sehr gut. Oh, ne Bohne? Das ist ja noch viel, viel besser. Cool. Sehr, sehr gut. Wir mögen alle Bohnen. Bohnensuppe. Chili con carne. Da wollte ich nicht rein. Gehen wir einfach weiter. Zum Glück müssen wir dieses Statuespielchen nicht mehr machen. Ich glaub, ich glaub, ich hab schon 900 Muscheln, ne? Eigentlich sollte ich die mal einlösen. Ah, whatever. So, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Juhu. Aua. Das hat nicht so geklappt, wie ich es wollte, aber... Ich hab ja genug Energie. So. Oh, was haben wir hier? Oh, Baby! Cool. Aber jetzt wäre den ganzen Weg sonntag. Ja. Ja. Dann haben wir hier... Nix Besonderes. Nee. Aber ich meine, wir hätten gleich... Ach, der macht doch irgendwelche Faxen. Ich muss den ausmachen. Ja, ja. So. Und dann... Hier entlang. Genau. So, hier war auch irgendjemand ein Gegner. Eine Muschel. Ach, ist mir egal. Hier war noch eine Tour, genau. Hm. Sehr, sehr praktisch alles. Also, dieser Weg hat sich definitiv gelohnt. Was war das denn hier nochmal? Oh, nee, nee. Hier hab ich alles. Gut. Dann wären wir jetzt... Hm. Wohin gehen wir? Sollen wir erstmal zum Dorf nochmal? Ja, ich glaub, ich geh nochmal kurz zur Stadt. Und schau mal kurz nach, wie das hier... Hier kann ich nicht mehr rein, oder was? Nein, das glaub ich nicht. Als kleiner Minish kann ich da rein. Das heißt... Ähm... Sollen wir das mal kurz... Wir schauen mal kurz nach. Ich bin jetzt selbst neugierig, was man da... Was man da erreichen kann. Ich glaub, da konnte ich auch noch Fragmente rein. In der Bücherei. Deswegen... Ja, ist mal gar nicht mal so schlecht. Mal kurz dort... Vorbeizuschauen. So, ich schwimme mal hier entlang. Aber ich glaub, das ist zwar gar nicht so klug. Nee, das war nicht klug. So. Nein, komm. Keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Nee, hier muss ich auch durch das Haus. Das ist so umständlich, wirklich. Also das ist ein bisschen nervig. So. Ey, da komm ich ja gar nicht rüber, ne? Ah, wie komm ich nochmal in die Bücherei? Ah, jetzt bin ich klein, jetzt darf ich den ganzen Weg wieder zurück, oder was? Ach, ne. Dumm. Aber wie machen wir das jetzt gleich? Das ist eine sehr gute Frage. Lass mich kurz überlegen. Wie machen wir das am besten? So, erstmal wieder als normaler Link. Irgendwo gab es, glaube ich, noch eine Station, wo ich mich verwandeln konnte. Willst du was tauschen? Nee. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen.